Hallo und herzliche Grüße von der Logimat in Stuttgart. Für uns als Hersteller von mechatronischen Antriebssystemen, eine der wichtigsten Messen überhaupt. Hier treffen wir die Spezialisten der Intralogistik. Eine Branche, die stetig wächst, aber immer mehr unter Effizienzdruck steht. Warum ist das so? Erstens, weil die Menschen weltweit immer mehr online einkaufen und gleichzeitig schnellere Lieferungen erwarten. Zweitens, weil es in der Logistik, insbesondere in der Intralogistik, an Arbeitskräften mangelt. Aus diesem Grund ist die Automatisierung absolut erfolgskritisch. Mit unseren kompakten Antriebssystemen automatisieren und sichern wir die Abläufe in der Intralogistik. Wie zum Beispiel mit Antrieben für Rollenförderung, Sorterung und Shuttles. Oder mit unserem Argo Drive, dem Fahrlängssystem für fahrerlose Transportfahrzeuge. Dieses ermöglicht ATVs das flächenbewegliche Fahren, stemmt bis zu zwei Tonnen und macht den Warenverkehr sehr effizient. Neben der Manövrierfähigkeit von ATVs ist natürlich das Thema funktionale Sicherheit extrem wichtig. Durch Kooperationen mit unseren Partnern, wie beispielsweise die Firmen SICK und Siemens, vereinfachen wir unseren Kunden die Realisierung des Automatisierungs- und Sicherheitskonzeptes für ihr Fahrzeug signifikant. Fakt ist, Automatisierung und Robotik sind der Trend der Branche. Insbesondere autonome mobile Roboter und AGVs steigern Effizienz, Positioniergenauigkeit und vor allem die Flexibilität. Aber mindestens genauso wichtig sind die Themen wie Digitalisierung und Konnektivität. Warehouse-Management-Systeme, Cloud Computing und RFID sorgen für mehr Transparenz und Agilität. Mitarbeitende können so leichter Entscheidungen treffen und schneller auf Kundenanforderungen reagieren. Hilfreich sind dabei beispielsweise EtherCAT-Schnittstellen. Diese ermöglichen eine sehr hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit und geringe Latenzzeiten. Deshalb gibt es jetzt auch unseren EC360-Motor mit integrierter EtherCAT-Schnittstelle. Der ist übrigens auch Teil von unserem modularen Antriebssystem. Darin finden Sie alles, was Sie für einen idealen Antrieb brauchen. Verschiedene Motorkonzepte, integrierte Elektroniken, Bremsen, Encoder und Getriebe. Alles schnell und flexibel kombinierbar. Natürlich spielen auch die Themen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und CO2-Emissionen eine große Rolle in der Intralogistik. Wir unterstützen unsere Kunden daher mit besonders energieeffizienten Antrieben. Ein Beispiel ist unser ECI 63 mit integrierter Elektronik. Hier sprechen wir von Wirkungsgraden bis 90 Prozent. Wir sind mehr als nur ein Lieferant. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für innovative Intralogistik-Lösungen. Wir ermöglichen unseren Kunden, Ihre Produkte für maximale Effizienz und Produktivität zu optimieren. Unser engagiertes und erfahrenes Team versteht Ihre individuellen Herausforderungen und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die Ihre Erwartungen erfüllen und bestenfalls sogar übertreffen. Wir bei IBM Papst glauben, dass jeder Fortschritt in der Intralogistik ein Schritt in eine bessere Zukunft für uns alle ist. Lassen Sie uns gemeinsam ein besseres Morgen gestalten. Wir freuen uns auf Sie!